Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Jetzt wird's Ernst. Im heutigen Podcast werden wir euch erzählen, wie wir arbeitstechnisch aufgestellt sind. Wir arbeiten ja gemeinsam, wir sind Eltern und wie wir alles unter einem Hut bringen. Genau, um das geht's heute und wir wollen da einen tieferen Einblick geben. Es hat ja bei dir schon 2016, also viel, viel früher eigentlich begonnen, als du die Vorstellung gehabt hast, du willst einen Partner haben, mit dem du zusammenarbeiten kannst. Ja, ich glaube, man entwickelt es so in einer gewissen Zeit, vor allem wenn du in Beziehungen warst, was willst du, was willst du nicht. Und für mich war diese Vorstellung immer so schön, gemeinsam mit meinem Partner zusammen was aufzubauen, beruflich was aufzubauen auch. Weil ich glaube, da kann man sich irrsinnig gut stützen und bestärken und alles. Funktioniert manchmal, funktioniert nicht immer, muss man auch dazu sagen. Da muss ein Typ dazu sein, dass das irgendwie passt. Genau, genau. Ja, und ich glaube, die gemeinsamen Interessen müssen auch vorrangig da sein. Weil hätte ich, würde ich mich nur, ich weiß nicht, für Make-up interessieren und du aber so absolut gar nicht. Das war bei den Stoffen so, wie du die Ausbildung gemacht hast, in der Herzstraße war das damals. Und ich glaube, wir haben es einmal kurz in einem Podcast eingeschwerft, dass sie mich in jedes Stoffgeschäft mitgeschleppt hat. Und das Erste, was ich gemacht habe, war, ich habe gegent. Weil das war mir einfach zu viel. Du hast wie du den Shop gesehen und hast schon zum Gähnen begonnen. Und ich bin da drin versunken. Aber mir ging es ja auch bei anderen Sachen so. So ist es ja nicht. Ja, aber wir haben einen Weg gefunden, wo wir gesagt haben, hey, nicht nur, dass wir jetzt gemeinsam den Podcast machen, sondern es gibt viele andere Dinge, die wir gemeinsam machen, die viele da draußen gar nicht wissen. Du hast mich ja kennengelernt als Singer-Songwriterin. Also da war ich ja eigentlich komplett in der Musik tätig. Ich meine, bin ich nach wie vor, aber es gibt halt andere Projekte, die ich jetzt auch mache, die wir gemeinsam machen. Und wir haben uns kennengelernt und nicht, dass das Baby-Thema einer der wichtigsten war, sondern es war auch für uns wichtig, dass wir gemeinsam alles schaffen. Also dass unsere Vorstellung war, dass wir wirklich, ich meine, wir sind nonstop beieinander. 24-7 kann man das schon nennen. Und viele da draußen wollen das ja auch gar nicht. Also ich kann es verstehen, wenn der andere Partner andere Interessen hat und dann auch arbeiten geht. Und man hat halt dann seine Hobbys gemeinsam. Aber unser Wunsch war es definitiv von Beginn weg, dass wir gemeinsam arbeiten. Und man muss auch dazu sagen, du kannst ja Noten lesen. Du kannst Musik wirklich schreiben, du kannst lesen, du kannst sie spielen. Ich kann das ja gar nicht. Ich habe es ja gelernt. Ich war ja in einer Schule mit Schwerpunktmusik. Also dort wurden wir gedrillte drauf, Noten lesen zu können. Aber abgesehen davon bin ich immer mit Musik aufgewachsen. Das heißt, ich wurde von klein auf, seitdem ich im Kindergarten bin, habe ich Noten lesen gelernt. Mit dem Glockenspiel hat es begonnen, dann bist du weiter zur Blockflöte gegangen. Wunderschönes Musikinstrument, Blockflöte nämlich. Das braucht man ab und zu. Ja, aber für Eltern glaube ich nicht sehr angenehm zum Hören. Ich denke da immer nur meine Eltern. Aber gut, meine Mutter hat das sehr gut gefördert und ich bin ihr da sehr, sehr dankbar auch dafür. Du bist aber auch in eine Musikschule gegangen. Ja, später dann, also in der Oberstufe habe ich dann den Schwerpunkt Musik gehabt. Und dort war entweder Gesang oder ein Instrument zu spielen. Und ich habe aber ja davor schon immer Gitarre gelernt. Also ich kann sehr wohl Gitarre spielen. Das war ja, das war, wie wir uns kennengelernt haben in der allerersten Folge. Ich glaube, wir haben nicht, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob wir das dazu erwähnt haben, aber wie wir damals in der Stadt gesessen sind, hat es ja angefangen zu regnen. Und du hast plötzlich angefangen zu singen. Und hast all dein Schamgefühl weggeschmissen und hast einmal gesungen im Regen. Und wir kommen dann nämlich eh noch auf unsere gemeinsame Single Flyer Pie. Das hört sich nämlich immer beim Intro und beim Outro. Kommen die ersten Takte von unserer gemeinsamen Single Flyer Pie, weil es auch unser Hochzeitsong ist, aber wir werden noch dazukommen. Aber davor ist viel mehr, also es ist anders entstanden. Also ich war in der Musik oder bin in der Musik und angefangen hat es eigentlich, dass wir zusammenarbeiten 2018. Also abgesehen davon, dass du mich immer geschminkt hast, dass du mir immer die Haare machst. Also es kommen auch Fragen, die ja... Wird das jetzt hier honoriert? Genau. Es kommen ja auch immer wieder Fragen so, stimmt das, dass dir deine Frau die Haare schneidet? Ich meine, seit dem Lockdown ja, weil es gab ja keine andere Möglichkeit. Und seitdem wöchentlich die Seiten. Wöchentlich. Du machst das super. Und natürlich auch, es ist sehr praktisch, eine eigene Megabartistin an der Seite zu haben. Ich habe dich aber schon gut eingeschult. Also das muss man auch sagen. Mittlerweile kann ich mich auch selber sehr gut schminken. Also ich habe keine Ahnung, wie die Sachen heißen, aber ich kann sie anwenden. Das erinnert mich an ein Gespräch mit einer Freundin erst letztens. Zwei Megabartisten stehen am Spielplatz. Und uns sind nicht einmal irgendwelche Wörter eingefallen, die du als Megabartist eigentlich alles wissen solltest. Die ganzen Begriffe. Wir sind Tagstand. Merse, das Dings. Das Dings. Das, was man mit dem macht. Könntest du es jetzt sagen? Quasi das, was man für die Augenbrauen... Augenbrauen. Augenbrauen heißt das? Na, die Augenbrauen weiß ich, aber das... Wo man so... Den Stift für die Augenbrauen oder... Nein, nein, nein. Bürstet. Das Bürstchen für die Augenbrauen. Okay, Bürstchen. Okay. Wir schwachen schon wieder vom Thema ab. Aber 2018 haben wir einen nicht... Also wir haben ihn nicht gemeinsam gesungen. Man hört dich eigentlich nur im Hintergrund singen. Es ist eine Nummer, die wir gemeinsam geschrieben haben. Looking in his eyes now. Die haben wir damals auch in L.A. damals bei Aidan Parsons aufgenommen. Auch eine faszinierende Geschichte, wie wir dort waren. Auf das kommen wir sicher auch noch. Ich glaube, jeder Urlaub, den wir bis jetzt gemeinsam... Das wird in der nächsten Folge besprochen. Aber wir haben diesen Song eigentlich mehr angelegt auf eine Geschichte, die halt irgendwie dir auch passiert ist. Also in der Nummer geht es eigentlich mehr darum, dass man auf sich schauen soll, dass man aus sich rausbricht. Also looking in his eyes now. Und das war unser Beginn, unser Startschuss eigentlich, dass wir gemeinsam auch musizieren. Man sieht dich auch eher selten mit mir gemeinsam auf der Bühne. Ich habe ja sehr viele Jahre auch gebraucht, dass wir überhaupt einen gemeinsamen Song machen. Also Flyer Pie ist ja 2021 entstanden, den wir aber schon viel früher geschrieben haben. Aber möchtest du ein wenig zu diesem Geschehen irgendwie erzählen, wie es zu dem Song eigentlich gekommen ist, was du da durchgemacht hast, dass das mehr oder weniger auch ein Tagebuch für dich war? Für mich, ja. Du hast mir ja damals die Möglichkeit eigentlich durch diesen Song gegeben, ein bisschen das zu erzählen, was ich erlebt habe. Ich war ja damals in Neuseeland als Au-pair und diese Zeit will ich auch gar nicht missen, muss ich sagen. Es ist das, das ich erlebte, was ich dort erfahren durfte, gehört zu meinem Leben. Und ich bin auch froh darüber. Ja, es war halt, um das Ganze irgendwie so ein bisschen zu verkürzen, gefangen in einer Familie, wo ich nicht rauskomme. Und schlussendlich mussten mich halt dann meine Eltern von dort abholen, weil ich nicht mehr die Kraft hatte, selbst dort rauszukommen. Und es war damals eben mein alleinerziehender Vater mit zwei Kindern. Und ja, ich habe halt immer weniger Kraft und Energie gehabt, zu sagen, stopp, nein, ich möchte das nicht. Und ich habe mir damals geschworen, mir wird das nie passieren. Nur du rutschst so schnell in das hinein, dass du dann einfach plötzlich in dieser Situation drinnen bist und alles über dich ergehen lässt. Und das ist schon, ich hätte mir das nie gedacht, dass mir das passiert. Eigentlich, so gesehen jetzt. Dinge, die du nicht willst, egal ob es verbal oder körperlich waren. Dass du einfach aufstehst und sagst, stopp, ich möchte das nicht. Aber irgendwo hast du es dann im Endeffekt auch geschafft, weil du es gesehen hast? Ich habe es gesehen, aber ich wollte es alleine schaffen. Deswegen glaube ich, hat es sich auch so ewig lang rausgezogen, bis ich dann aus dem Ganzen einmal irgendwie rausgekommen bin. Ich hatte das Gefühl, ich darf niemanden um Hilfe bitten. Von dir aus? Ja, von mir aus, aus dem Grund, weil ich mich ja quasi in diese Situation reingebracht habe. Ich wollte nach Neuseeland. Ich wollte das machen. Ja, aber du kannst nichts dafür, dass der so... Aber in der Situation denkst du so. Das ist deine Entscheidung, weil ich war alt genug, um diese Entscheidung zu treffen. Deswegen wollte ich auch alt genug sein, um da auch wieder alleine rauszukommen. Ging nicht. Das ist natürlich, wenn du über, weiß nicht wie viele tausend Kilometer von zu Hause weg bist. Das andere Ende der Welt im Grunde. Und natürlich haben mir meine Eltern auch irgendwo den Freiraum gelassen. Sie haben sicherlich irgendwo gemerkt, es läuft irgendwas nicht ganz rund. Aber ich habe immer gesagt, nein, nein, alles okay, alles okay. Dann bin ich wieder ausgebrochen und habe gesagt, ich kann nicht mehr. Bitte helft es mir. Und dann, nein, nein, passt eh alles. Weil ich mich auch geschämt habe dafür, was mir da gerade passiert. Es ist mit so viel Scham verbunden. Und ich glaube, dass es da so vielen Frauen, als auch vielleicht auch Männern, so geht es. Dass sie sich so schämen für das, was ihnen widerfahren ist. Und deswegen redet man auch nicht drüber. Es ist ein nächstes Tabuthema eigentlich, über das man nicht reden möchte, persönlich aus. Ich sage auch ganz ehrlich, ich rede über das Thema auch kaum. Weil ich mich natürlich auch irgendwo geniere dafür. Will man auch gar nicht ansprechen. Aber es ist halt nun mal so und ich bin schlussendlich sehr froh, dass ich mich dafür entschieden habe, meinen Eltern zu schreiben, bitte, ich brauche Hilfe, ich komme hier alleine nicht mehr weg. Und nicht einmal 24 Stunden später sind die in dem Flieger nach Neuseeland gesessen. Ich hatte Glück, dass ich solche Eltern habe. Wir mussten alles daheim organisieren. Damals noch mein kleiner Bruder, der im Kindergarten war. Also du musst auch organisieren, einmal ein Kleinkind irgendwo unterzubringen. Na gut ab, dass sie so schnell gehandelt haben und eigentlich so schnell einmal um die Weltkugel geflogen sind, um dich zu holen. Definitiv, definitiv. Und ich kann mich an den Moment auch erinnern, wie sie dann angekommen sind. Und ich sie gesehen habe, das war so, da ist plötzlich alles abgefallen bei mir. Das war Wahnsinn, diese Sicherheit plötzlich zu haben. Da ist wer, da kann ich, den vertraue ich. Also man sollte einfach auch den Mut haben, da Hilfe auch anzunehmen, wenn es diese Hilfe gibt. Und wir haben hier in Österreich vor allem viele Möglichkeiten, Hilfe auch zu erbieten. Das stimmt, das stimmt. Man muss halt natürlich den Mut aufbringen und das ist auch der Grund, warum wir dann gemeinsam diese Nummer geschrieben haben. Ich glaube, es war, wir haben sehr spät eigentlich erst über dieses Thema in der Beziehung geredet. Es war sehr schwierig für dich, das mir zu kommunizieren. Und das verstehe ich und das habe ich damals auch sehr verstanden. Ich konnte es natürlich nicht so nachvollziehen, wie du das erlebt hast. Und irgendwie war dann das Bedürfnis da, dir ein Tagebuch zu geben, weil du bist auch kein Mensch, so wie ich dich kenne, der Tagebücher schreibt. Du kannst sehr gut zeichnen. Du könntest es noch in Bilder irgendwo verfassen. Aber ich habe mir gedacht, hey, schreiben wir einen Song drüber. Und genau um das geht es in dieser Nummer. Also es geht bei Looking in Is Eyes darum, dass man selbst den Mut aufbringt, darüber redet, darüber kommuniziert, sich selbst im Spiegel anschaut und sagt, ich möchte das so nicht mehr. Und einfach einmal den Mut aufnimmt und aufsteht und sagt, nein. Weil es eine Entscheidung von einem selber ist, weil die anderen können zuschauen, die können die Ratschläge geben, aber schlussendlich musst du dafür aufstehen und sagen, stopp, so nicht mehr. Und das ist ja auch legitim, nach Hilfe zu fangen. Es ist ja überhaupt kein Thema schlussendlich. Aber es muss die Entscheidung von einem selber kommen. Und da können andere, so wie ich in dem Song halt eben auch, das so verbildlicht. Meine Mutter schaut nur zu. Und sie hat sicherlich was gemerkt, aber ich habe es nicht zugelassen, dass sie mir hilft. Ja, und da gibt es ja auch einen schönen Satz, Mama's Eyes war open. Genau. Also, hört es unbedingt dran, Looking in the Eyes. Ich kann mich erinnern, wie wir ihn damals präsentiert haben. Das war in Wien 2018 oder 2019 war das, kurz vor unserem ersten World Women's Day, den wir gestartet haben. Da kommen wir auch noch dazu. Und wir haben beide geweint, wie Schlosshunde. Es ist auch die Hymne mehr oder weniger zu unserer Veranstaltungsreihe Hashtag, wir haben starke Stimmen, starke Frauen. Und du bist ja vor einem Monat mit mir gemeinsam schwanger, was noch niemand gewusst hat. Manche haben schon gemunkelt, weil ich die Hand anscheinend am Bauch hatte. Du hast auch sehr präzise die Hand auf deinen Bauch gehalten. Aber nicht mit Absicht, das ist, glaube ich, auch so ein Phänomen. Das ist ein Schwangerschaftsphänomen. Wobei, ich muss ja dazu sagen, beim Singen halte ich mir gerne den Bauch. Ja, aber wenn du dann das Leib halt so zuhältst, da sieht man halt schon am Bauch. Es haben schon sehr viele spekuliert. Aber dieser Song ist quasi die Hymne zu unserem World Women's Day, weil es um die Gleichberechtigung der Frau geht. Genau, das war eigentlich der Startschuss für die gemeinsame Arbeit. Du hast sehr viel separat gemacht. Du hast ja deine Make-up-Ausbildung, du hast die Mode-Ausbildung. Du bist eigentlich, was künstlerisch angeht, viel mehr begabt, als ich es je war. Weil du kannst doch wahnsinnig gut zeichnen. Und wir versuchen halt, diese Dinge unter einen Hut zu bringen. Also wir schauen wirklich, dass wir gemeinsam irgendwie die Dinge umsetzen. Also du kreierst ja auch zeitweise meine Mode. Dann heißt es immer, wer macht das? Ja, da gibt es so eine coole Jacke, die mit Farbspritzern bespritzt ist. Also du kannst das wirklich wahnsinnig gut. Und da haben wir das Potenzial von uns beiden gesehen und gesagt, hey, wir wollen dann nicht für jemanden anderen arbeiten, sondern wir arbeiten gemeinsam, weil das unser größtes Ziel ist. Weil deine Eltern haben gemeinsam gearbeitet, meine Eltern arbeiten gemeinsam. Und ja, natürlich, es kracht. Also darauf kommen wir auch in der nächsten Folge, dass wir auch streiten können. Und das ziemlich heftig zeitweise. Also ja, aber dazu kommen wir noch in der nächsten Folge. Die heftig, ich würde sagen temperamentvoll. Temperamentvoll. Klingt schöner. Aber es sind dann auch so Fragen aufgekommen, nachdem wir auch Flyer Pie, also das, was man im Intro hört und im Outro hört, ist ja unser Hochzeitssong. Ich kann mich erinnern, wie wir den geschrieben haben. Das war im Sommer. Ich glaube ein Jahr bevor wir, oder ja, ein halbes Jahr bevor wir geheiratet haben, habe ich angefangen auf der Gitarre herumzuklimpern in unserer alten Wohnung noch, wo es wahnsinnig heiß war, weil es Hochsommer war. Und du hast dich dann einfach mitten in der Nacht zu mir hergesetzt und wir haben dann gemeinsam angefangen, diesen Song zu schreiben. Das war eigentlich unser allererster Song, weil Looking This Eisner war unsere erste Produktion, wo du mitgesungen hast als zweite Stimme. Und Flyer Pie ist eigentlich vor der Hochzeit noch entstanden und wir erzählen wirklich unser Kennenlernen. Also wenn man die erste Folge anhört und dann Flyer Pie irgendwie sich anhört, sieht man, dass wir zum Beispiel, da gibt es eine Aussage, Raindrops on your cheeks, ja, da wollen wir darauf hinweisen, wie die Dora damals in der Stadt gesessen ist und angefangen hat zu singen in dem strömenden Regen, ja, und dass da, in dieser Nummer geht es eigentlich darum, dass wir uns von Anfang an einfach komplett verliebt haben. Oder wie siehst du das? Jetzt kommt wieder die Frage, die Frage aller Fragen. Nein, absolut, also es erzählt auf jeden Fall unsere Geschichte und ich glaube, ja, ich kann dazu eigentlich gar nichts sagen. Na, Flyer Pie ist damals entstanden und du hast dich dazugesetzt und wir haben dann quasi diesen Refrain gesungen und ich bin dann quasi und du hast dann die Überstimme gesungen. Ich war damals ja, glaube ich, im Kollek noch, ne? Da habe ich gerade irgendeine Zeichenaufgabe, glaube ich, gemacht, während du Gitarre gespielt hast. So hat es ja begonnen. Ja, das stimmt. So viel zum Lernen. Es gibt immer was Wichtigeres. Ich glaube, du hast schon fertig gelernt, es war mitten in der Nacht. Nein, zeichnen, nebenbei zeichnen ging ja immer. Ja, aber es ist eine, die Nummer ist sehr früh entstanden und wir haben sie sehr spät aufgenommen. Also sie ist erst 2021 mit der Geburt unseres Sohnes veröffentlicht worden. Ja, manchmal braucht man so eine Zeit. Ein gut Ding braucht Weile. Ja, und das ist wirklich eine Nummer, wo wir immer noch schmunzeln müssen. Es ist wirklich, man sieht das Video und man sieht einfach, wie viel Spaß wir gehabt haben und ich muss dazu betonen, dass es wirklich Jahre gebraucht hat, dass du endlich mal mit mir vor der Kamera stehst und mit mir singst, weil du kannst dich selber gar nicht hören. Nein, ich kann auch diesen Podcast, kann ich mir nicht anhören, weil meine Stimme so furchtbar ist. Aber gut, da bin ich sicher nicht alleine, wie bei vielen Dingen. Da bist du halt einfach schon geübt und jedes Mal, wenn du vor der Kamera stehst, denke ich mir, Wahnsinn, wie sie sich präsentiert und wie sie redet. Ich würde das auch so gern können. Man hört das so gern zu, sogar ich höre das gerne zu. Sogar bei Streitereien höre ich da gerne zu. Obwohl du wieder auf jeden Fall wegläufst und ich die hinterher rein. Schau, das ist Taktik. Das ist Taktik. Ich habe mein Radio im Petto im Anhang. Genau. Nein, nein, ich weiß nicht. Ich kann mich an unsere... Ich meine, wir treten ja bei Veranstaltungen und sowas immer als Pärchen auf. Na, na, na nicht, wenn wir gemeinsam sind. Aber es gibt ein paar echt lustige. Nein, nein, nein. Man darf es gar nicht sagen, weil das Schlimme ist, dass das Internet echt alles hat. Ja, und du kannst alles finden. Aber es ist wirklich... Und der ORF hat sicher vieles auch so im... Im Archiv drehen. Ja, das darf man nie. Nicht rauskramen. Du hast dich echt schon gebessert. Also es gibt... Also allein, dass wir da jetzt sitzen und diesen Podcast gemeinsam machen, rechne ich dir wirklich hoch an. Weil dafür, dass du dich kaum hören kannst, weder singen noch reden, ja. Und du fragst mich dann immer, höre ich mich immer so? Höre ich mich immer so an? So scheiße. So furchtbar. Und man muss sich echt daran gewöhnen, ja. Wenn du das nicht gewohnt bist, dass du deine eigene Stimme irgendwo hörst, ist das natürlich ungewohnt, aber... Aber du... Ich meine, wenn wir zum Beispiel im Studio stehen, bin ich diejenige, die das dann ja immer so... Jeden sagt, bitte meine Stimme ganz, ganz leise. Ich kann mich nicht hören. Und du bist... Du siehst eigentlich fast ohne Stimme. Ja. Du hörst dich selber gar nicht und du singst eigentlich zu meiner Stimme dazu. Ja, genau. Aber die perfekte Überstimme. Ja, weil ich mich ja selber so höre. Ich bin es ja gewohnt, dass ich mich nicht im Ohr höre. Ja, aber es ist was anderes. Ja, eben. Und du brauchst dich selber, oh, laut. Und ich denke mir, wenn ich mich selber höre, dann kann ich... Nein, da schalte ich ab. Nein, das kann ich gar nicht. Da kann ich nicht mehr reden. Das kann ich gar nicht. Also wie du das immer machst im Studio, ist eh faszinend. Flyer Pie hast du sowieso, glaube ich, hochschwanger, eingesungen noch. Voll. Flyer Pie war ja sowieso da. Ja, ich glaube, da gibt es nur so ein ganz kurzes Reel, wo ich da sitze und keine Luft kriege fast. Total kurzatmig bist du gewesen. Da war ich wohl kurzatmig schon. Da hat das Kind schon sehr gedrückt. Ja, das stimmt. Aber es war eine sehr aufregende Zeit und wir haben es ja eigentlich sehr recht spät rausgeschmissen. Also es gibt ein... Das kann man auch sehen auf YouTube. Es gibt ein Video von uns, wo wir zu unserer Hochzeit, das ist eine ganz, ganz schlechte Qualität damals noch gewesen, wo wir zwei Flyer Pie performen live. Kannst du dich erinnern? Stimmt. Das gibt es auch auf YouTube. Das war so das erste Video, was wir rausgekommen haben. Das war einer der gemeinsamen Videos. Das hat, glaube ich, eine Freundin von mir nebenbei einmal mitgefilmt. Da sieht man meine Cousins und einen Bruder vorbeilaufen. Es gab ja Videoverbot oder... Ja, Videoverbot. Es gab Videoverbot, ja, weil wir das ja auch irgendwie nicht wollten. Aber Flyer Pie ist eigentlich recht spät entstanden dann und eine wirklich wahnsinnig schöne Nummer geworden. Und unser Sohn hört es irrsinnig gerne. Das singen wir ihm ja auch immer vor. Looking in the Ice noch singen wir ihm auch immer vor. Das stimmt, das stimmt. Ja, weil er im Bauch halt war und das doch mitbekommen hat wahrscheinlich, ne? Und jetzt ist natürlich, fragen viele, wie schaffen wir das alles unter den Hut zu bringen? Weil unser kleiner Mann ist ja nach wie vor nicht im Kindergarten. Du gehst quasi von der Karenz in die Karenz. Wir sind beide selbstständig eigentlich und versuchen halt gemeinsam da unseren Weg irgendwo zu machen. Wo ist die Freizeit? Was machen wir in der Freizeit? Wie ist unsere Routine? Wie stehen wir auf? Also es kommen viele solche Fragen und ich bin ja eigentlich ein früher Vogel. Also ich trainiere in der Früh, also ich stehe auf zwischen halb sechs, sechs zeitweise. Und was schaust du so? Das stimmt schon. Ja, ja, aufstehen du stehe. Aber bis der Wecker mal abgedreht wird, aber so ein bisschen sind wir schon munter. Ein Frühaufsteher, ich sage nicht, dass ich gerne frühaufstehe, aber ich sage dazu, ich bin ein Frühaufsteher. Diszipliniert. Ein disziplinierter Frühaufsteher. Das kommt einfach vom Sport. Ich stehe in der Früh auf und würde ich mein Training nicht machen, weil ich muss es ja machen, vor der Zeit, bevor der kleine munter ist, dass ich alles unter einen Hut bringe. Darum geht es ja heute immer sehr gut. Ich freue mich, dass ich immer so zuzuschauen. Ja, er trainiert mittlerweile auch schon mit. Ich trainiere ja seit dem Lockdown eigentlich fast nur zu Hause. Also es hat irgendwie eine komplette Umstellung genommen. Und ich habe mein Spinningbad zu Hause und setze mich halt dann rauf und dann kommt der kleine Mann raus und sieht mich und will natürlich mitradeln und sieht meine Gummibänder, mit denen ich trainiere, dann trainiert er mit. Also er ist schon sehr herzig. Also wir machen als Familie eigentlich fast alles. Wenn es nicht gerade um 22 Uhr am Abend ist, seid ihr mit im Tonstudio, seid ihr mit auf Konzerten. Wir machen eigentlich wirklich alles gemeinsam. So gut es geht. Ich meine, wir sind ja schon so, dass wir uns auf dem Kleinen ein bisschen darauf einstellen, funktioniert es jetzt, ist es sinnvoll, da jetzt mit dabei zu sein oder nicht, belassen wir es. Weil manche Dinge sind halt auch, ja, langweilig vielleicht oder einfach auch dann für uns dann anstrengend. Ja, deswegen bleibe ich ja dann auch dort und da mal zu Hause mit ihm. Jetzt vor allem auch in der Schwangerschaft. Das muss man auch sagen, dass es für dich zeitweise ein bisschen schwieriger ist, weil es ja einfach kreislaufmäßig zeitweise nichts ist. Vormittag eigentlich. Also es hat sich jetzt auch gut gelegt sonst. Sonst, ja, sind wir eigentlich schon immer mit dabei. Ihr seid jetzt, ich kann mich erinnern, da war der Kleine gerade einmal ein paar Monate und ich habe ein Konzert gespielt und ihr seid jetzt einmal Backstage gewesen. Also mein Wunsch ist es auf jeden Fall, dass wir uns gemeinsam was ganz, ganz Tolles und Großes aufbauen. Und ich sage auch immer, der Weg zu ziehen ist eigentlich das Ziel, weil es öffnet sich immer wieder eine neue Türe und es ist jedes Mal eine neue Herausforderung da und wir gehen auch durch dick und dünn. Also es ist nicht so, als würden wir im Bilderbuch leben und alles wird uns zugeschmissen. Nein, gar nicht. Wir haben da schon einige Sachen durchlebt und werden sich auch noch sehr viele Sachen durchleben. Wir haben ja auch Differenzen auch im Beruflichen, weil du ja natürlich auch dort und da meine Meinung hören möchtest, als auch nicht hören möchtest. Und ich bin halt, ich bin zu ehrlich vielleicht manchmal auch. Und zu perfektionistisch. Ja und nein, wobei ich mich jetzt schon sehr zurückgenommen habe. Es war am Anfang schlimmer, das stimmt. Ich würde es gar nicht einmal so arg auf Perfektionismus benennen eigentlich, sondern mehr, wie das vielleicht auch andere hören oder fühlen könnten. Und deswegen äußere ich mich halt dann dazu, was manchmal total schwer ist, vielleicht auch im ersten Moment zu nehmen, wobei du oft dann schon darüber nachdenkst und dass dir dann doch das ein oder andere auch zu Herzen nimmst. Und ich kritisiere es ja nicht, sondern ich sage dir einfach nur, ich glaube, es könnte halt jemand so verstehen. Mit manchen Dingen. Jetzt kommt's. Nein, 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 also du hast ein wahnsinnig gutes Bauchgefühl und das habe ich erst lernen müssen zu schätzen vor ein paar Jahren. Du hast instinktiv das richtige Bauchgefühl und da vertraue ich dir zu 100 Prozent. Also auch was Krankheiten angeht. Ich bin ein kleiner Hypochonder und wenn ich krank bin und ich bin dann mehr dieser, also Männerkrippe würde ich jetzt nicht sagen, aber ich bin schon von klein auf ein kleiner Hypochonder. Naja, du bist das halt gar nicht. Ich bin das andere Extrem. Ja, du bist das andere. Ich bin halt, meine Mama ist Ärztin, das war halt alles so, ach geh, komm, du schweibst, du kotzt dir quasi die Seele aus dem Leib, du kannst trotzdem in die Schule gehen mit 38 Fieber. Das war wurscht. Hauptsache die Hautfarbe ist schon doch halbwegs okay aus. Ja, da wird das halt nicht so gesehen. Heute bin ich, muss ich ehrlich sagen, dort und da auch froh, dass sie mich nicht immer nur zu Hause hat lassen oder dass sie mir das so eingetrichtert haben ein bisschen, dass ich einfach nicht bei jedem kleinen Dings irgendwie Panik geschoben habe oder ja. Also ich werde, wenn ich krank bin, nicht bemitgladet. Also ich werde da überhaupt nicht, schon versorgt natürlich. Versorgt. Ich war jetzt selbst über Ostern krank und du hast jeden Tag gekocht. Ich habe jeden Tag gekocht. Ja, aber es war, immer wenn ich gesagt habe, mir geht es nicht gut, hast du quasi gesagt, geh, reiß dir ein. Nein, das habe ich auch nicht gesagt. Es ist extrem dramatisches Virginia, okay. Jetzt komm, aber man muss dazu sagen, und da sind wir wieder bei dieser Männergrippe. Wir wollen es aber nicht klischeehaft in Schubladen stecken. Nein, eh nicht, eh nicht. Aber es ist halt, ja, ich will es nicht in Klischee, aber ich glaube, ein Großteil, wenn ich die Frauen anschaue, die sind einfach härter im Nehmen. Ich weiß nicht warum. 39 Fieber und einkaufen gehen, Kinderzütteln bügeln, Wäsche machen. Warte, ich habe 36, 37 gehabt, das ist bei mir schon Fieber. Ja, es ist, ich habe mich, habe mich bei du nicht gut gefühlt. Ja, auch zu lange, es war wirklich so. Ich habe einfach immer, diese Szene, ich glaube, ich weiß nicht, ich muss Fieber messen, ja, weil erst wenn du Fieber hast, dann ist es ganz schlimm, ja, dann misst du Fieber. Und ich habe dir schon von Weitem sagen können, Virginia, du hast kein Fieber. Bist gesessen mit dem Thermometer, piep, 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 hast du drauf gesagt, wortlos wieder eingesteckt, ja. Aber du stirbst, Halbert. Es ist mir nicht gut gegangen. Wir waren wirklich so kurz davor, gell? Was vor was? Wir schweifen komplett vor dem Ort. Ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich jetzt zurückkomme. Nein, nein. Aber, meine Frage an dich jetzt. Oh. Ja, genau. Oh, damit ich hier auch einmal fragen darf. Nein, hast du in deinen damaligen Beziehungen je, ich meine, nein, beginnen wir anders. Also, hattest du immer schon den Wunsch mit deinem... Nein. Lass mich ausreden. Ich weiß schon, was du fragen willst. Ja, aber die da draußen wissen nicht, was ich sagen möchte. Hast du je... Jetzt habe ich den Faden verloren. Eh klar. Denke ich an dein Video. Auch sehenswert, dieses Video. Den Faden verlieren. Hast du je darüber nachgedacht oder war es immer schon dein Wunsch, mit deinem Partner gemeinsam oder Partnerin gemeinsam zu arbeiten? Ach so. Siehst du, was hast du jetzt da... Ich habe mir gedacht, hast du schon jemals bei einer Ex-Partnerin das Gefühl gehabt, du würdest gerne mit ihr zusammenarbeiten? Da hätte ich nein drauf gesagt. Mein Wunsch war immer schon, dass ich mit einer Partnerin, also mit der Person, mit der ich alt werden möchte, einfach auch mein Leben kreieren kann. Nicht, dass wir jetzt sagen, du hast deinen Job, ich habe meinen Job und wir fahren unser Ding. Sondern ich habe eine gewisse Vorstellung gehabt, ich habe mir gedacht, hey, wir müssen uns einfach gut ergänzen, auf allen Seiten. Und das tun wir. Also du bist ja in manchen Sachen komplett konträr, als was ich bin und genau das brauche ich. Und da ist definitiv der Wunsch immer schon da gewesen, dass man mit seinen, also in meinem Fall mit meiner Partnerin gemeinsam was aufbaut. Aber ich finde es trotzdem noch immer einen Unterschied, ein Leben gemeinsam aufbaut oder beruflich gemeinsam auch arbeitet. Für mich ist das genau dasselbe. Für mich aber nicht zum Beispiel, weil ich mir schon denke, ich kann meinen Job nachgehen, ich kann das machen, was ich beruflich mache, was ich machen möchte vielleicht auch, kann dich aber in deinen Sachen schon unterstützen. Und unterstützen ist ja vielseitig. Aber beruflich auch gesehen, dass ich sage, ich mache Dinge für dich, mit dir, dass wir das auch arbeitstechnisch einfach verbinden. Was ja jetzt im Grunde noch nicht vielleicht auch so intensiv ist, würde ich sagen. Ja, aber wir sind am richtigen Weg dorthin. Also irgendwo haben wir uns jetzt in dieser Corona-Zeit sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie wir manche Dinge umsetzen können. Und wie wir zum Beispiel, oder wie ich gesagt habe, hey, lass uns doch einen Podcast machen. Warst du total überzeugt davon? Also wenn du mal was... Weil ich auch einmal was zu sagen habe. Genau, also du bist ein Mensch, der, wenn du von etwas überzeugt bist, dann brennst du dafür. Und das hatten wir beim Podcast beide, weil wir gesagt haben, hey, da können wir endlich uns beide irgendwo ergänzen. Und das ist unser gemeinsames Ziel. Und es gibt wahrscheinlich viele, die so überhaupt nicht damit übereinstimmen können und sagen, ich könnte mir nie vorstellen, mit meinem Partner gemeinsam zu arbeiten. Das wäre mir zu mühsam. Ich brauche meine Freizeit. Ja, aber es ist ja auch, das beginnt ja schon bei uns, dass wir generell seit Beginn weg irrsinnig aneinander kleben eigentlich. Also für das, die Zeit, die wir eigentlich, und man muss dazu sagen, es ist 24-7 eigentlich, zusammenpicken, streiten wir auch sehr wenig. Für das Verhältnis haben wir anfangs viel mehr diskutiert, wie du in der Schule warst. Ja, weil... Wie du viel mehr weg warst, sagen wir es so, wo wir separatere Jobs gehabt haben. Also ich war immer schon selbstständig. Aber wie du damals die Schule gemacht hast oder die Ausbildung, haben wir definitiv viel mehr diskutiert, als jetzt in der Zeit, wo wir beide irgendwo zu Hause sind, gemeinsam arbeiten, die Termine gemeinsam machen, mittlerweile auch ein gemeinsames Management haben. Weil die Interessen, glaube ich, sich auch verändert haben. Also wir ziehen jetzt am gemeinsamen Strang. Damals habe ich das Colleague gemacht. Du hattest eigentlich so gesehen null Interesse für Mode. Also du hast es schon, aber nicht auf diese Art und Weise mit Nähen und Zeichnen und Kreieren und das Ganze. Ja, du kennst, wie ich zeichne. Ich kenne auch deine Geduld. Ja, das stimmt auch wieder. Die quasi bei Null ist. Aber Schatz, du musst nicht perfekt zeichnen können. Ich kann auch gar nicht zeichnen. Weißt du ja nicht, weil du hast es noch nie ausprobiert. Doch, ich habe es ausprobiert. Ganz sicher. Ich habe im Zeichnen, normalerweise hast du einen Einser im Zeichnen. Ja, und sie hat mir beim Augen zudrücken ein Zweiergeben damals, bilderische Erziehung oder sowas. Ja, aber schau, vielleicht hat dich das einfach nur so, du warst dann so deprimiert und weil du so bewerten. Ja, Kunst kannst du uns nicht bewerten. Das liegt im Auge des Betrachters und nur weil deine Lehrerin gemeint hat, das findet sie nicht schön, heißt das nicht, dass vielleicht irgendwer anderer dafür Millionen vielleicht dafür ausgegeben hätte. Hätte. Naja, vielleicht kommt ja noch die... Aber gut, dass du es erwähnst mit den Zeichnungen bei meiner letzten Single Home. Ja, das wissen vielleicht auch viele da draußen nicht. Beim Musikvideo hast du alle Zeichnungen gemacht. Das waren über 400 Zeichnungen, die du gezeichnet hast in Strichmachsal. So alias ein Daumenkino. Dieses Finger, Daumenkino. Ja, und das hast alles du gezeichnet. Also das Hut ab. Das war eine schnelle Prozedur, das war ganz schnell. Das hast du in einer Woche, glaube ich, zeichnet zu 400 kleine Bilder. Das war ein Wahnsinn, aber es ist ein wirklich tolles Video daraus entstanden. Und du unterstützt mich ja in vielerlei Hinsicht. Also nicht nur, dass du mir die Haare machst, sondern du bist auch vor Ort. Du sagst mir, wenn irgendwie was fehlt, sitzt. Also wir machen viele Dinge gemeinsam. Und natürlich fragen sich viele, wie macht ihr das? Ja, wie kommt ihr miteinander so zurecht? Was ist euer Trick, dass wir das so schaffen? Es liegt sicherlich auch ein bisschen daran, dass wir zwei Frauen sind irgendwo. Weil ich habe, mein Wunsch war immer, immer schon, mein Partner soll auch mein bester Freund sein oder Freundin sein. Und nicht nur mein Partner, mit dem ich halt mein Leben teile, sondern alles teile. Wir verheimlichen uns eigentlich gar nichts. Die intimsten Sachen kommunizieren wir zueinander, so schräg es auch klingt. Ich meine, das hast du normalerweise nur mit deiner besten Freundin. Und das war uns immer wichtig, ich meine, sagen wir, wenn es nicht so ist, aber dass der Partner einfach deine beste Freundin ist. Ich glaube, das hat weniger damit zu tun, weil wir zwei Frauen sind. Ich glaube, dass du das genauso mit einem Mann, Mann, Frau oder Mann, Mann haben kannst, sehr wohl. Es ist halt unsere Einstellung, weil wir das so wollten. Du wolltest das und ich wollte das und somit passt das. Jetzt hast du den Faden verloren. Heute hängen, das ist die Schwangerschaft, ich sag's ja. Letztens lasse ich einfach das Wager hier im Supermarkt stehen. Es ist furchtbar, uns erzählen, wir waren einkaufen. Ja, ich gehe ja immer mit meinen Rollwagerl da, mit meinen Einkaufswagerl einkaufen. Ich bin mit dem China-Wagen gegangen, jeder hat sein Wagerl gehabt und wir stehen bei der Kasse und ich zahle halt und wir gehen dann zur Türe wieder raus und sie fragt mich so, wo ist das Wagerl? Wo ist das Wagerl? Hast du das Wagerl? Sag ich, nein, ich habe das Wagerl nicht. Ein 100 Euro Einkauf irgendwo im Supermarkt, im anderen Supermarkt einfach stehen gelassen. Du kannst das Wagerl nicht einmal ausrufen. Bitte, das Wagerl zu Kasse 2 kommen. Nein, das ist wirklich die Schwangerschaft. Du hast zartreise solche Lücken. Ich habe das bei der ersten Schwangerschaft leider auch gehabt. Kuchen backen und ich vergesse das Wesentliche. Wirklich? Wirklich, das ist so eine Nudeln, du vergisst die Nur-Rosine drin. Entschuldigung, ich lache momentan wie ein ärgster Rauch, aber ich war komplett verkühlt. Es tut mir leid. Boah, wirklich, da gab es noch. Nein, ich rache nicht. Also verzeiht mir meine Demenz. Ja. Aber es ist wirklich so, dass es die Schwangerschaftsdemenz gibt. Ja, ja, gibt es eh. Ich frage mich aber, warum. Aber du zeigst dir irgendwie bei allen Themen, ob es in der Schwangerschaft gibt. Hier bin ich. Jetzt schon anscheinend. Jetzt schon, ja. Also das war bei unserem ersten Kind nicht so. Doch. Kannst du dich nicht erinnern, wie ich diesen Kuchen gebacken habe und ich stelle ihn ins Rohr und dann bin ich draufgekommen, dass eigentlich die Eier drinnen stehen. Irgendwie haben es die Eier auf mich abgesehen, weil letztens habe ich auch was gemacht. Diese Pancakes, ne? Eier stimmt. Ja, da habe ich auch die Eier vergessen. Fast. Gerade noch. Ja. So viele Monate sind sich nicht mehr hin, dann sollte sich das bessern. Ja, wir werden es sehen. Wenn es bleibt, dann mache ich mir Sorgen. Also Fazit aus der ganzen Geschichte heute ist eigentlich, wir haben immer schon darauf gezielt, dass wir gemeinsam arbeiten, dass wir einen gemeinsamen Weg finden als Partnerinnen quasi, aber um die Streitereien und die Diskussionen, dass wir das auch können, geht es dann in der nächsten Folge drum und schaltet jetzt auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder ein, wenn es darum geht, auch wir streiten mal und das gehört irgendwo dazu. Also vielen lieben Dank fürs Zuhören heute, wenn es irgendwelche Fragen gibt, bitte schreibt sie uns auf unseren Social Media Kanälen und wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Hast du noch was hinzuzufügen, Dora? Heute nicht mehr. Ich habe jetzt einen Lachflash gehabt. Okay. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in einer Woche wieder. Alles Liebe.